Hallo, ich bin Martin Walker, in meinem Garten im Perigord, mit meinen Hühnern. Wunderschöne Hühner. Ich habe hier 16 und es gibt Angela Merkel, es gibt Hillary Clinton, Carla Bruni, weil mein Hahn heißt Sarkozy, und Margaret Thatcher, die kleine Tyran. Und ich habe von meinen Hühnern die besten Eier in Frankreich. Sie sind wunderschön. Herzliche Grüße von meinen Hühnern und von Perigord. Ciao.